Guten Morgen, liebe Damen und Herren. Achso, ja. Ja gut, äh, wir hätten gerne was kochen wir denn heute? Geinen Burger? Nö, würde ich nicht sagen. Ja, für den Anfang. Ja, wir kochen was eigenes. So, ich bin jetzt mal wieder der Dim, auf dem Geilo-Kanal. Hier. Boah. Vor allem wäre, ich zeig euch bald auch noch das Bug-Update und dann auch bald mal die moderne Küche. Ah, Bier, 10 Liter. Nice, dice. Nice, dice, nice, dice. Ja, oder in den Schrecken ist in diesem Spiel einfach nie was drin. Ich hab da schon ein paar Stunden gezockt. Hm. Ja, wir kaufen uns mal Brot. Und das fritieren wir. Anmachen. Mit Öl füllen. Und eigentlich können wir noch zwei rein. Oh, das Brot wird sehr schnell geputzelt. Oh, ist gleich fertig. So, jetzt haben wir... So, jetzt haben wir... ...farmes, frisches Brot. So, jetzt nehmen wir das Brot. Schon heißes. Ah. Legen's hier drauf. Nehmen das Backblech. Schieben's hier rein. Machen an. Machen zu. Und so ein Schussbrot. Gut. Wir sehen uns später. Was ist das denn? Gut, jetzt kommen wir... Oh, doch. Okay. Äh. Ach geil, da ist auch noch so ein Backofen. So, was machen wir? Oh, ich würd' sagen, wir machen Mike... Oder? Wir machen Burger. Michael's Burger würd' ich schon sagen. Oder Kartoffeln. Oh, ich liebe Klöße. Mh. Junge. Oh ja. Dann kommen wir noch ein paar Nudeln dazu. Schön paar Penne. So, schön paar Penne. Ah, Gott, ja. Ach so, das ist so. Äh, Wasser noch rein. Äh. Äh. Okay. Mal sehen wir noch. oder never? Wir machen Öl. Ich habe meine Khmer. Abonnieren, Glocke, Aktivieren, Like nicht vergessen natürlich und zieht euch auf jeden für meine Videos. Das war zu viel, was? Okay, das... Oh, jetzt kommt Wasser mal drun. Ersteckt Wasserverschwendung. Schreibt mir mal Fragen auf Insta. Ich hoffe, ihr wisst meinen Insta-Account. Au. Guckt mal in irgendeinem Video. Ich glaube, da habe ich sie sogar mal angesprochen. Alter. Aber ich mag kein Fleisch. Äh, ja, oh, die... Ich würde vielleicht auch noch... Boah, einmal reingeben. Okay. Ja, klar. Ist ja logisch. Und Leute, schickt mir mein Intro. Also, irgendwie, ne? Macht mein Intro auf meinen Kanal. Jo, wie wenig Nudel sind das? Okay, die brauchen lang. Die Penne? Für eine Kram sind das angeblich. Huh? Ich habe mich gerade gedreht. Ja, das Brot ist... Oh, verbrannt. Das wäre jetzt ja auch scheinbar. Okay, ich habe nämlich was, äh, entdeckt. Ich finde es auch krass. Alle haben irgendwie... Also, viele YouTuber haben halt Sachen gespielt. Also, das Spiel. Also, ich kenne zwei Modate und Paluten. Mmh. Und... Die haben nie die moderne Küche genommen. Die haben immer nur das hier. Oh, Grillpfanne. Kartoffeln. Boah, kennt ihr das, äh, von Silvester? Diese runden Teile, wo du dann sowas reinpackst. Oh, Kartoffelgröße, bald fertig. Ja, die sind ja schon fertig. Ja, fertig, ne? Oder wollen wir nochmal eine Packung reinhauen? Penne. Wir könnten... Was ist das denn? Ah, oh, geil! So welche Nudeln. Okay, die hauen wir da mit rein. Sorry, falls es ruckelt. Das schlägt... ... in einer kleinen Grafik. ... in einer kleinen Grafik. Hm, so. Boah, eigentlich isse ich schon manchmal Fleisch, aber halt nicht so viel. Passt nicht. Ja, gut. Packen wir die halt hier drauf. Ja, wir müssen ja auch in alle Richtungen was anbieten. ... für alle Leute. Das fahre noch nicht an, ich weiß. Oh, ja, Burger machen wir mal. Ist auf jeden Fall. In der nächsten Folge, wenn ihr nur ein paar Likes da lasst, abonniert, das Video mit Freunden teilen, erzählen, geil, das ist ein nicer YouTuber, falls ihr mich überhaupt nice findet. Oh, ja, Schweine schultert, da. Mh... ... nice that is. in diesem video sind wir uns als infobereiten wir alles vor das nächste mal so kommen nicht groß schreibt mal sachen rein die ich kochen soll es war völlig so obwohl das ist ja nicht mehr hätten hier alles bier so wo es braucht lange das ist einfach schon zu suppe und damit haben wir hier ein sieb so dass man jetzt einfach aus öffne ich packe aber schon ein backblech rein so falls ich mal irgendwie sache nachkommt youtuber gekocht haben oder so ein kram schreibt in die kommentare es ist aber so luxus auch stimmt da ich brauche dort falle ok man merkt schon da hinten ist ja mein anderes restaurant restaurante der dreht sich ja gar nicht da oben haben wir ist das eine kamera oder nur ein vollmelder ja ich habe nicht was gefunden leute und das werde ich jetzt mal kaufen so und zwar sonstiges also nicht gewonnen habe ich auch beim youtube gesehen so und die haben halt dann flambeere genommen und angezündet ich drücke aber i und zünde die lunte an wo schmeißen wir die denn hin ja die da hinten zum essen nicht hier weg damit eigentlich waren die unten auch noch ganz viele geistfester sind ihm wir aber nicht mehr ok warte wir holen ist aus ja ne ja vielleicht auch mal ausmachen es mixt hier einer ok das war ein unreales sound so also ganz leise und dann auf einmal so richtig laut ich weiß nicht ob ihr es überhaupt so richtig hört den ton aber falls nicht dann sorry ja gut das ist gut gebacken würde ich mal sagen ok bang so erst mal da kann ich dich rein gucken ja jetzt soll er alles muss erst runter das würde ich jetzt nicht ich kann das nie auswählen ah huh grad war es doch ah ich hab auch die City an der cover wo es alleine auf nintendo 3ds und ich Sommer. Steh jetzt, warum ist es bloß? Kleines Mistbrot. noch mal es gibt natürlich wieder ich finde es so geil man kann es nicht reinlegen aber reinwerfen schon mal an weil ich möchte 1 heraus wir nehmen ein glas haben wir machen wir mal raus Ich würd sagen, wir haben mal das. So... Sh... 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 so ob daran wurde das spiel gedacht dass klatsch platzen kann wird mich nein sagt ich kann es doch blitz damit es überhaupt platzt kaufen wir haben uns unendlich minzen es gibt auch noch den modus beim kochen musst du nämlich aufkrieg und das finde ich einfach nicht nur das glas ist kaputt das wissen wir aber nicht wodurch sie verzeihen durch die bombe aber das hat überlebt war das kann so mit der manier ok wir gießen alle schuhe hier drauf seite mal bock habe auf eine rung tour dann gibt diesen video aber mein like und falls im bock auf mehr cooking simulator weil ich versuchen die zurzeit beim 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 t es gibt ja nur anderen youtube leistin wird gemacht port stars scheiß es im passt ja nicht ganz hin die schuhe davor kaputt gegangen nice so ich klicke unterpasst Das ist ja enttäuschend. Da muss doch mehr passieren, Alter. So, jetzt ist es wirklich perfekt drauf. So, jetzt ist es das. 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 So, jetzt ist das. So, jetzt ist das.